Minecraft Monday Und da sind wir zurück beim Minecraft Monday Ja, auch diese Woche leider nochmal ohne Lukas Der ist dann ab nächster Woche wahrscheinlich wieder am Start Und ja, was werden wir machen? Es ist eigentlich ganz einfach, meine Freunde Wir schnappen uns jetzt ein bisschen Redstone Und zu dieser sehr aufmunternden Musik Schnappen wir uns jetzt mal eben Oh, hier war es nicht, scheiße Aber hier, da schnappen wir uns den Redstone Wir schnappen uns die Eisenbahnen Und ich habe keine Ahnung, wie war denn das mit den Rezepten? Mensch, da hätte ich mich ja mal informieren müssen Das Problem habe ich aber immer Ich habe keine Ahnung, was jetzt genau Also wie das mit den Repeatern und so weiter funktioniert Ich, naja Ich glaube, Repeater Moment mal War das nicht? So, so, so Und dann So Ah ne, wir brauchen ja auch noch Hebel, glaube ich Kann das sein? Redstone, so Redstone-Fackeln Ja, klar Machen wir erstmal so Und dann machen wir mal so Und so Dann haben wir acht Redstone-Fackeln Machen wir mal so Dann haben wir 36 Redstone-Fackeln Und ich glaube, es war doch so So, so, so So, so So Ne, okay, dann war das hier ein normaler Stein Auch nicht Dann war das hier Redstone Auch nicht Dann war das hier Cleanstone Ja, Repeater Ha, okay Bin ich doch froh, dass wir das haben So Jetzt haben wir das so Und dann machen wir so Und so Jetzt haben wir erstmal 15 Repeater Das ist ja schon mal ganz gut Machen wir nochmal hier So, und dann haben wir unsere Redstone-Fackeln Auch schon aufgebaut Jetzt haben wir 18 Repeater Das ist ja schon mal ganz gut Jetzt gucken wir erstmal, was wir mit dem jetzt hier so Äh, mit dem ganzen Zeug jetzt hier so anfangen können Jetzt gucken wir mal Also Hier unten Genau Einmal hatten wir das doch schon Ah, hier, wunderbar So Und dann muss das, glaube ich, hier so Und 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 so Da ist das hier nämlich überflüssig Genau Nehmen wir doch mal an Das wäre jetzt hier So Und wir bauen uns, glaube ich, mal noch einen Hebel Einfach hier vorne hin Damit wir Warte mal, ging das nicht einfach Äh, ach ne Na Moment, das machen wir mal eben hier in der Werkbank Ich habe dieses Spiel sehr lange nicht gespielt, muss ich zugeben Äh, war das jetzt hier Ne, war das Ne, war das Wie war denn das Ich und Zombie Oder war es Ähm Hallo Wer schreit hier so rum Sorry Ich glaube So was auch nicht Brauchen wir dafür nur Holz Äh, ich bin So was dann raus in diesem Spiel Jetzt gucken wir erstmal Was ist denn jetzt hier Guck mal du Der macht sich hier Äh, das kann ja nicht wahr sein Was auch, da machen wir auch gleich mal Ne Fackel rein Ach Mensch, wir brauchen so viel Ich kann dann gleich mal auf meinem Mobilen Smartphone Äh, schauen Nach, äh, dem Rezept für hier Dingens und so Für den Schalter Jetzt brauchen wir erstmal gerade Fäckelchen Warum mache ich das jetzt eigentlich hier Achso Ich wollte jetzt gucken, was mit dem Schalter war So, Moment Äh, der Tobi Der gibt euch jetzt erstmal eine schöne Aussicht Hier, äh Oh, das Weizen Ist ja nicht so wirklich geworden So Guckt euch mal eben die Gegend an Und ich, äh Ich guck mal hier ganz kurz So, äh Hallo, geht's euch gut? So, der Tobi, der Der guckt jetzt mal Also, wartet mal Wo ist denn die App jetzt hier? Da ist die App Ah, ich hab sie gefunden Okay, jetzt warte mal Schalter heißt ja auf Englisch Lieber Jetzt passt mal auf Ich geh jetzt mal hier Nee Geht's hier Was ist denn das hier? Werbung, was soll denn das? So, jetzt guck ich mal hier Da Oh Mensch So schwer Das ist ja unglaublich Machen wir uns mal eben zwei Hebel Okay Und dann machen wir den hier Ja, ja Ich weiß Ich bin also so ein Profi in dem Spiel Das ist ja also Das ist ja kaum zu glauben So Und Ah Ich ver- Ah Ich verstehe wieder Ich weiß wieder wie es geht Meine Freunde Wir brauchen natürlich viel mehr Repeater Ist ja logisch Denn Die Repeater müssen direkt hier davor Vor diese Hier, wisst ihr schon Ah und Ach Mensch Ich bin ja so ein Dummerchen So einfach ist es Aber wie Bis hierhin reicht das nicht Na ja, warte Mach ich das mal Ja ja, komm Heulen hier rum Angenommen ich mach das jetzt so hier Dann ist doch alles gut Immer noch nicht Und bei dem Das ist ja also Sowas verbitte ich mir Ah, hier Bis wohin kann ich denn da jetzt zurückgehen Kann ich doch bestimmt bis Würde das gehen, wenn ich Hier so jetzt Und dann da Da Und da Jetzt mach ich den Schalter mal weg Mach den mal hier hin Achso Das funktioniert natürlich nicht Also Redstone ist schon so eine Wissenschaft für sich Okay, also machen wir den Repeater mal hier hin Jetzt geht alles, ne? Ja Und das würde auch gehen, wenn ich so machen würde Jo Okay Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal dieses Redstone Gerüst hier überall So Bis Dort Das heißt, wir werden ganz, ganz viele Repeater brauchen, meine Freunde Ganz, ganz viel Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Okay Wir gehen Repeater machen Dafür brauchen wir auch ganz viel normalen Stein Den schnubbeln wir uns mal jetzt hier oben Zurecht Zeigt mal hier Hier haben wir jetzt Pflasterstein Da haben wir noch mehr Pflasterstein Das geht alles gleich in den Ofen Hier, da, so Jetzt mal einfach mal hier So Und wir sind ja gewitzt Und machen auch einfach mal So hier Was will ich denn hiermit? Dann Meine lieben Freunde Haben wir jetzt erstmal das hier Ich trommel erstmal jeglichen Stein zusammen Den wir hier finden können So, Moment mal Ach hier, guck mal Da haben wir doch noch Das ist doch schön Ach und hier oben haben wir auch noch 64 Jetzt haben wir zwar da oben gleich noch mehr Steine Aber Bis da Das ist mir Ritze So Machen wir jetzt so Ach ja Ja, wir brauchen natürlich auch Holz Wie kann ich das nur vergessen Aber Holz haben wir ja noch Wir brauchen ja nur Stickys Also geht ja auch jetzt zum Beispiel so Und dann machen wir So und so Und dann machen wir ja auch so und so Und das geht ja genauso Ja, ja So Und dann Basteln wir uns jetzt Das ist alles Sehr, sehr kompliziert Basteln wir uns Da raus Jetzt ein paar Fäcklschen Hier haben wir noch Redstone Oh, oh, oh Ich hoffe mal Das wird nicht knapp hier So Dann machen wir den Und den Und den Haben wir noch ein paar Repeater Dann machen wir hier Draus gleich so Dann machen wir so Ja, zu dem Knochen der Hunde Passt das wirklich super Diese Musik So Jetzt gucken wir mal Dann wie weit wir mit den 39 Repeatern kommen So haben wir ja Also Redstone mäßig Ein bisschen was ist schon noch da Und dann gucken wir gleich mal Inwiefern das Hoffentlich reicht Also nochmal Redstone holen Also Irgendwann hört es auch auf Hier ist ein Demand 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 Moment Da bin ich geizig Das muss alles schön Auf einem Stapel Da Ja Kenn ich nix So wie sieht das jetzt aktuell Eigentlich hier oben aus Muss jetzt nicht rein theoretisch Eins hochgefahren sein Zeig mal ja hier Dass das zweite fällt Gucken wir mal Ach was Wer hat sich denn hier davon geschlichen Herr von Herr von uns zu Gravel Hm Das finde ich nicht gut Hier haben wir eins Ich erkenne das aber nicht Hier haben wir eins Zwei Drei Drei Fünf Sechs Sieben Tja Hier hat sich das Gravel Davon geschlichen Das ist ja Finde ich natürlich nicht so nett So holen wir uns noch ein Stack Gravel Ist das aufwendig Ich glaube ich muss hier eine andere Folge aufnehmen Wenn das so weiter geht Dann ist Lukas doch erst Übernächste Woche wieder da Ach man Mann Mensch Ich mach heute eine Scheiße Achso Ich übersteuere jetzt sogar noch Jetzt ist er aber hier so langsam mal Der Punkt da reicht Wo auch mal Ruhe ist hier Kann ja wohl nicht wahr sein So guck mal hier Machen wir mal noch eben so Okay Dann füllen wir das Gravel da oben auf Ach es ist doch alles Es ist sehr sehr kompliziert meine Damen und Herren Sehr sehr kompliziert So das hier ist ja nicht hochgefahren Aber das hier ist hochgefahren Und deswegen Müsste das auch logischerweise so hier laufen Jetzt verunreinige ich auch noch die Felder ey Ich bin so ein Trampeltier So jetzt nochmal hier So so Wenn ich jetzt hier wieder einen Schalter platzieren würde Oder warte wo kommt der Repeater Ah der kommt hier dazwischen Und zwar genau Hier Jetzt mach ich mal so So und das müsste sich jetzt oben Niederstand in dem das Gravel gehoben ist Ja Wunderbar Hat so funktioniert wie wir das wollten Okay dann würde ich sagen Bauen wir das erstmal so jetzt bei allem So und die Repeater Die müssen eigentlich ausreichen So und auf welche Höhe kommen die Repeater dann noch Hier auf die Höhe Ich mach grad einfach mal Sendepause Sendepause Ach stimmt wir wollten ja eben noch eine Fackel da hinten reinballern Das können wir auch mal noch kurz machen Wo kam der jetzt aber her Der muss doch von hier gekommen sein oder So im Wasser kann ich spawn Das ist dann egal Es könnte auch F-gal sein Aber es ist egal Entschuldigung Okay auf welcher Höhe waren wir Hier Oh So Das sieht doch ganz gut aus Okay so wird doch was draus Ich würde sagen Es würde ja reichen Wenn wir dann hier vorne überall nochmal einen Repeater haben Dann müsste das eigentlich gut gehen Tobi macht wieder Grütze Okay Äh ich meinte das mit dem Repeater übrigens gerade so Dass ich jetzt ganz einfach nochmal sagen würde Hier ein Repeater Und Achso das ist schon wieder zu weit Weil dann würde ich sagen Hier ein Repeater Dann geht das hier so rum Da ein Repeater Dann geht das hier so rum Und da ein Repeater Dann geht das hier so rum Und Da ein Repeater Und dann geht das übrigens hier so rum Und dann könnte man sich jetzt sagen Hebeln Jetzt bin ich gespannt Ach natürlich Ich bin natürlich ein Dummkopf Denn dann müsste Hier auch nochmal ein Repeater hin So So wird ein Schuh draus Und jetzt müssten praktisch alle Felder hochgefahren sein Ja gut Wenigstens das haben wir ihn gekriegt Der Lukas kann uns ja dann beim Anbauen helfen Jetzt ist die Frage Wo bauen wir denn den Schalter hin Ich fände es ganz cool Wenn wir da praktisch Pass mal auf Das machen wir glaube ich mal Achtung Achso da hat Ach Da habe ich natürlich nicht aufgepasst Moment Pass auf Dann klauen wir uns mal eben hier bei diesem freundlichen Baum Holz Dankeschön Herr Baum Mein Name ist Baum Das war keine Anspielung auf irgendwas von dem ihr eigentlich nichts wisst Ist egal Vergessen wir es So ist das denn jetzt hier da So Das ist ja alles soweit so gut Und nun Befinden wir uns unter dem Feld Und da befindet sich auch eine Workbench Und dann mache ich nämlich jetzt einmal so Und so und so und so und so und so Und haben wir jetzt Acht Treppchen Und jetzt gehen wir mal nach oben Würde ich sagen Machen wir mal Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Und dann machen wir mal noch so Manche von euch wissen vielleicht was ich jetzt vorhabe Der Großteil allerdings wird es nicht wissen Ich muss erst mal selber gucken wie macht man das am dümmsten Machen wir mal so Wird schon wieder dunkel oder was Ne Ich dachte schon Was soll denn das jetzt hier Also das war jetzt der blanke Hohn So pass auf Dann gehen wir jetzt nochmal hier hinten An diese wunderbar erotisch anziehende Werkbank Und Machen wir uns mal ein bisschen Fenze Der ist verdammt Kostenintensiv Haben wir denn drin irgendwo noch Zaun Da muss ich jetzt gerade erstmal schauen Ist denn da noch Zaun Den können wir ja dann klauen Und hier oben drauf bauen Ansonsten müsst ihr mich verhauen So Zaun, Zaun, Zaun Ja hier Wir haben auch gar keine Treppen oder so Hätte man ja wissen können Aber wir haben wirklich keinen Zaun oder Ach ne wir haben keinen Zaun Warum auch Ich weiß ich bin geordnet wie Ich bin so geordnet wie Wie Ne Keine Ahnung Oh nö wir haben keine Ahnung Oh jetzt muss der Baum dran glauben Ich hab jetzt keinen Bock rein zu gehen Auch wenn es schneller gehen würde So jetzt nicht wir haben noch Holz im Inventar So Zack Und Zack Und dann 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 und dann und dann und dann Ja ja Jetzt wisst ihr was kommt Oder auch nicht Denn Nehme ich mir jetzt das Redstone Ich hoffe mal das reicht Also alles andere wäre etwas bitter So ein bisschen Redstone wird ja dann auch gleich noch ersetzt Drei Zwei Eins Und dann könnte man ja sagen Dass hier der Hebel ist Das heißt jetzt Hier das eine Redstone Ding noch hin Und dann jetzt dafür das hier weg Und die beiden hier weg So sieht auch optisch ganz gut aus Und dann macht man nämlich hier so den Schalter hin Okay Das sieht ganz gut aus Und jetzt machen wir hier noch ein paar Repeater hin Sieht natürlich jetzt nicht so wunderbar ästhetisch aus Aber Ganz ehrlich Zweckdienlich ist es Überleg ich Hat könnte das schon reichen Ich glaube nicht Jetzt könnte es reichen Gucken wir mal Oh Ja wenn man die Repeater in die falsche Richtung setzt Ist das natürlich super Okay das reicht fürs erste Feld Wo Ah Es regnet jetzt nicht wirklich Ach Freunde Das muss doch jetzt nicht sein Oh Ein Schmuddelwetter ey Ah Mann ey So dann würde ich nämlich jetzt gleich sagen Dann mache ich das da unten mit diesem Ah Redstone fertig Und dann war es das für heute ey Das ist ja ein Wetter ey Das kann ja nicht sein Wer macht denn das hier Oh Ist das ekelhaft Die Sonne Es hat aufgehört mit regnen Juhu So was wollte ich machen Achja Wir wollten Ein Repeater Bis wohin geht's Bis da Also machen wir das so Und jetzt ist eigentlich alles oben Und wir können alles wunderbar Vom Schalter aus machen Vielleicht bauen wir ja oben drauf auch alles mit Holz Was haltet ihr davon Wenn wir hier vorne Vor unserem Haus einfach alles mit Holz bauen Und das Haus dann auch noch ausbauen Sollen wir das machen Wäre ja mal wirklich was neues Bumm Und Bumm Okay das klappt Ich meine jetzt einfach Dass wir wirklich alles mit Holz bauen Und auch hier Vor dem Haus Dass wir das auf eine Höhe bringen Mit Holz Wenigstens bis Ja schon bis so Hier hin So alles mit Holz Und dann so Ein Ein kleiner Park davor Boah das hätte was oder Das wäre eine Menge Terraforming Aber das wäre doch mal geil oder Was haltet ihr davon Das würde mich mal interessieren Was wir jetzt übrigens hier mal noch machen Passt auf Oh hier fehlt Gravel Ne Fehlt kein Gravel Lediglich Das muss weg Wir hatten Wir hatten dieses Stück Wasser Jetzt hierhin gemacht So Ich glaube ich muss gleich niesen Bin ich in den Genieß gekommen So Ballern wir das gerade einfach mal weg Nein Okay da drunter ist Gott sei Dank nichts Sonst wäre nämlich das Der ganze Kappes Nach unten Und das wäre schwul Okay Und jetzt Geht der Tobi mal nach hier vorne Schön So pass auf Dann gehen wir nämlich jetzt mal eben hier vorne hin Und jetzt drücken wir mal den Schalter Ganz erwartungsfroh Da oben kommt das Wasser nicht weiter So denn jetzt geht es so an die Fehleranalysen Und äh die sind ja erstmal ganz einfach Denn hier fehlt eindeutig das Dach So Näh Lass mich hoch Moment dann probieren wir das gleich nochmal Das ist ja Mensch Eine Sauerei hier Hab ich ungenau gebaut Wie kann mir das nur passieren Oh Da bin ich wohl zu weit gegangen Da hat es schon vorher aufgehört Das ist ja Ach ja Man sieht Wir haben noch etliche Fehler zu beheben So ich könnte mir vorstellen Diese Folge von Minecraft Money Ist ein bisschen länger geworden Ist glaube ich fast eine halbe Bestimmung Kann das sein So Moment Und das hier Ah Ne warte Das war falsch Aber dann kann ich nämlich jetzt auch einfach So machen Abgesehen davon Dass ich jetzt hier die ganze Zeit runterfall So Oh was ist denn Tobi wird böse Wisst ihr was wir machen Ich mache jetzt einen Folgencut Und wir hören uns das nächste Mal nochmal ohne Lukas Dann beheben wir ja alles Und machen hier erstmal alles perfekt Ne Was haltet ihr davon Finde ich auch gut So Mädels In dem Sinne Übrigens ne Sagt mir in den Kommentaren Ob das da hinten Ob das mit diesem Alles hier aus Holz mal Vielleicht eine gute oder eine schlechte Idee ist Ich bedanke mich schon mal jetzt für das Feedback Wir hören uns Bis dann beim nächsten Mal Bis dahin macht's gut Auf Wiedersehen Tschüss Bis dann Bis zum nächsten Mal.